Hi und Servus, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir heute zeigen, wie du am besten ein Online-Business startest, am schnellsten und zwar, ohne zu übertreiben, kann ich dir sagen, das, was ich dir in diesem Video zeigen werde, ist ein System, das du heute starten kannst, du kannst heute beginnen Geld zu verdienen und zwar nennt sich das Ganze Affiliate-Marketing, denn Affiliate-Marketing, ich liebe es, es ist wirklich eins der Dinge, die ich am liebsten im Leben mache, ist das Business, es ist und bleibt das Business, das du am schnellsten und einfachsten starten kannst, um heute im Internet Geld zu verdienen. Und ich habe es geschafft, zum Beispiel in der letzten Woche öfter mal jeden Tag über 500 Euro zu verdienen und zwar komplett ohne ein eigenes Produkt und ich habe dazu eine neue Taktik, die es möglich macht, Affiliate-Marketing-Produkte sehr einfach zu verkaufen und zwar sehr effektiv zu verkaufen und wie das Ganze geht, wie du Affiliate-Marketing betreibst, sodass du jeden Monat einfach Einnahmen auf dein Konto überwiesen bekommst, sodass du dir ein Gehalt aufbaust über das Internet, das werde ich dir in diesem Video zeigen. Ich hoffe, dass es dir gefällt, ich hoffe, dass du eine Menge daraus lernen kannst und ich würde sagen, wir springen einfach an meinen PC und dann zeige ich dir alles ganz in Ruhe, sodass du es einfach nur nachmachen brauchst. Bis gleich! Er ermöglicht im Monat mehrere tausend Euro damit zu verdienen und wenn ich das sage, übertreibe ich nicht. Ich meine das wirklich ernst, du musst nur dieses Video ernst nehmen und das Ganze auch wirklich umsetzen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Wie können wir jetzt also Geld verdienen als Affiliate? Wir brauchen dazu einmal ClickFunnels und wir brauchen DigiSurf24. Das sind die zwei Programme, die sozusagen oder auf denen dieses Video aufbaut. Du kannst zum Beispiel statt ClickFunnels auch ein anderes Programm nehmen, aber du wirst später sehen, warum ich ClickFunnels nehme. Deshalb die zwei Programme werden wir in diesem Video schon mal brauchen. Dann schauen wir uns mal an. Es beginnt alles mit einer Bridge-Page. Das ist das allererste, was wir brauchen. Jetzt fragst du dich natürlich erstmal, hey, was soll überhaupt so eine Bridge-Page sein? Und das möchte ich dir jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und zwar haben wir hier drei Personen. Das ist einmal der Kunde links, das ist der Verkäufer rechts und dann ist dort im Idealfall du und zwar in der Mitte. Und was du machen musst, ist sozusagen die Brücke zwischen dem Kunden und dem Verkäufer zu bauen. Also wir sind da, um eine Brücke zu bauen, sodass der Kunde zum Verkäufer kommt und das Produkt kauft. Das machen wir. Dazu brauchen wir eine Bridge-Page. Deshalb heißt diese Seite auch Bridge-Page. Und im Grunde geht es genau darum, dass wir eben diese Brücke bauen. Wie funktioniert das Ganze? Was ist die Aufgabe der Bridge-Page? Ich habe hier rechts mal so eine Seite aufgemalt. Das soll sozusagen die Bridge-Page sein. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn so überhaupt die Aufgabe. Und die Nummer eins Aufgabe, die eine Bridge-Page hat, ist Storytelling. Also auf der Bridge-Page müssen wir uns nur darauf konzentrieren, eine Geschichte zu erzählen. Nicht irgendeine Geschichte, sondern natürlich eine Geschichte, die mit dem Produkt zusammenhängt, das du bewirbst. Das kann zum Beispiel ein Dating-Produkt sein. Das kann zum Beispiel aber auch ein Produkt sein, wie du in vier Wochen 40 Kilo verlierst. Also ein Abnehm-Produkt oder ein Produkt, bei dem man mehr Geld verdienen kann. Das sind Produkte, die du bewerben könntest. Je nachdem, welches Produkt du bewerbst, musst du natürlich eine andere Geschichte erzählen. Geschichten könnten zum Beispiel sowas sein, wie, dass du sagst, hey, ich habe dieses großartige Produkt ausprobiert und es ist einfach der Wahnsinn. Lass mich dir einfach mal kurz auf dieser Seite zeigen, weshalb. Und dann musst du auf der Bridge-Page eben am besten ein Video, dazu kommen wir aber später noch, ein Video hochladen. Und dort erklärst du dann, wie toll dieses Produkt eben ist, das du bewirbst. Das ist die Aufgabe der Bridge-Page. Ganz einfach im Grunde. Es geht nur darum, eine Geschichte zu erzählen. Denn Story-Sales, also Geschichten, verkaufen. Sie verkaufen und zwar an den Kunden, der das Produkt natürlich kaufen sollte, im Idealfall. Dann, wie schaut überhaupt so eine Bridge-Page aus? Also hier nochmal der Aufbau der Bridge-Page. Wir haben natürlich ganz oben die Headline. Die Headline sollte natürlich schon die Aufmerksamkeit erregen. Die sollte auf das Produkt natürlich angepasst sein. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt im Bereich Dating hast, dann sollte dort jetzt nicht sowas stehen, wie 40 Kilo abnehmen in vier Wochen. Das wäre falsch. Natürlich sollte die auf das Produkt zutreffen. Dann als nächstes haben wir dann ein Video. Ich habe hingeschrieben, ein persönliches Video. Denn es sollte nicht irgendwie ein Video sein, wo du einfach deinen Bildschirm aufnimmst. Also kann schon auch sein, wo du deinen Bildschirm aufnimmst. Aber es sollte auch eine Person zu sehen sein. Am besten eignen sich Videos wie Testimonials oder eigene Erfahrungen zu dem Produkt. So dass du sozusagen aus deiner Sicht etwas zu dem Produkt erzählst. Denn das ist ja die Aufgabe der Bridge-Page. Du musst eine Brücke zwischen dem Kunden, der das Produkt kaufen soll und dem Verkäufer, der das Produkt besitzt, schlagen. So dass der Kunde zum Käufer kommt und das Produkt kaufen kann. Dazu ist die Bridge-Page da. Dann brauchen wir eine Video-Übersichtsbox. Was ist das, eine Video-Übersichtsbox? Sehr viele Menschen kommen auf so eine Seite und sehen dort erstmal das Video und wissen gar nicht, hey, um was geht es denn in dem Video. Drum machen wir unter dieses Video eine Video-Übersichtsbox. Und dort stehen vier Punkte sind das. Also ich mache immer vier Punkte. Und dort steht dann zum Beispiel sowas wie Punkt 1. Du wirst in diesem Video lernen, wie du mehr Geld verdienst. Punkt 2. Ich zeige dir die exakten Schritte, wie du mehr Geld verdienst. Punkt 3. Wir setzen das System gemeinsam um. Und Punkt 4. Du hast dein eigenes Business am Start. So, das sind sozusagen die vier Punkte. Also einfach kurz in vier Punkten sagen, worum geht es in dem Video, also in dem persönlichen Video drüber. So dass Menschen sozusagen motiviert sind, das Video zu schauen. Weil sonst wissen sie nicht, was erwartet sie in dem Video. Aber wenn du dort unten die vier wichtigsten Punkte aufschreibst, sozusagen, dann können deine Seitenbesucher sich auf etwas einstellen, was sie sehen werden. Und sehr viele mehr Menschen werden dein Video auch dann tatsächlich sehen. Und dann haben wir natürlich noch, last but not least, den Kauf-Button. Das ist natürlich auch extrem wichtig. Dort musst du dann natürlich deinen Promo-Link hinterlegen, so dass Menschen natürlich auch dann über die Brücke weitergehen können zum Verkäufer des Produktes und dort das Produkt dann kaufen können. Aber natürlich über deinen Promo-Link, denn du willst ja den Kauf angerechnet bekommen. Du willst ja die Provision bekommen und dazu müssen wir natürlich dort unseren Promo-Link hinterlegen. So, wozu brauchen wir denn jetzt überhaupt eine Bridge-Page? Viele Menschen sagen immer, hey Torben, kann ich nicht einfach Werbung schalten? Und zum Beispiel auf Facebook kann ich dort nicht einmal einfach Werbung schalten und die direkt auf die Verkaufsseite des Verkäufers sozusagen bringen. Und nein, bitte macht das nicht. Denn es geht darum, wir müssen versuchen als Affiliate das Produkt aufzuwerten. Hier, ich habe es hingeschrieben, eine Aufwertung des Produktes. Und warum ist das so wichtig? Es gibt 500 andere Affiliates, wenn nicht noch viel mehr Affiliates, die ebenfalls dieses Produkt bewerben. Du musst also aus der Masse herausstechen. Du musst die Person sein, bei der die Leute kaufen. Du willst der Affiliate sein, der die Provision bekommt und nicht irgendeiner der anderen Affiliates. Deshalb müssen wir aus der Masse herausstechen. Und wie machen wir das? Indem wir das ganze Produkt aufwerten. Deshalb habe ich dort auch drei Geschenke neben deinen Kopf sozusagen platziert. Denn wir müssen versuchen, mit Bonusaktionen das Affiliate-Produkt aufzuwerten. Und das schaffen wir mit einer Bridge-Page. Ich habe es bereits im Intro gesagt, mit einer Bridge-Page ist es möglich, bei Affiliate-Marketing, Retargeting einzurichten. Das war bisher überhaupt nicht möglich. Mit der Bridge-Page ist es möglich und ich zeige dir nachher natürlich auch noch, wie. Also, wir müssen das Produkt aufwerten. Bitte, bitte, bitte fragt mich nicht mehr, warum ich nicht oder warum ihr nicht gleich Werbung auf die Verkaufsseite des Verkäufers schicken könnt. Und ihr wollt doch das Produkt verkaufen, also strengt euch doch auch ein bisschen an. Und geht nicht nur einfach diesen leichten Weg, weil dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn ihr keine Verkäufe als Affiliate macht. Ich bekomme so oft die Nachricht, hey, bei mir klappt das nicht. Warum klappt das bei mir nicht? Dann frage ich, was machst du? Ja, ich schalte Werbung auf Facebook und schicke die Leute dann direkt auf meinen Promolink. Ja, gut, dann kann es auch nicht klappen. Ihr gebt euch zu wenig Mühe. Es gibt so viele andere Affiliates, die machen das, die geben sich dort mehr Mühe. Deshalb, seit der, der an der Spitze der Affiliates ist, wertet das Produkt auf mit euren eigenen Bonussen und macht es sozusagen den Kunden, ja, ihr müsst es den Kunden sozusagen schön machen, das Produkt bei euch zu kaufen. Warum sollt ihr euch bei euch kaufen? Einfach, weil ihr drei Geschenke dem Kunden dazugebt oder vier oder fünf, ganz egal, wenn er das Produkt bei euch kauft. Das ist, das macht einen guten Affiliate aus. Das ist schon, das steckt schon Arbeit dahinter, natürlich. Aber ihr wollt natürlich auch Geld damit verdienen und ihr werdet Geld damit verdienen, wenn ihr das Ganze so macht. So, das ist also die Aufgabe einer Bridge-Page. So, jetzt schauen wir uns noch an, wie ist denn so die Abfolge der Seiten? Wir haben ja mehrere Seiten. Wie müssen wir diese Seiten aneinander anreihen sozusagen, dass das Ganze richtig funktioniert? An allererster Stelle haben wir natürlich eine Opt-in-Seite. Dort kommen, dort schicken wir unseren ganzen Traffic auf diese Seite. Der ganze Traffic, den wir haben, schicken wir nur auf diese Seite. Punkt. Auf keine andere Seite, auf keine Verkaufsseite, nicht auf euren Pomolinks, sondern auf eure Opt-in-Seite. Was dort steht, ist eine Überschrift, eine Headline, die natürlich die Aufmerksamkeit erregt, die dem Kunden zeigt, hey, warum sollte er dort seine E-Mail-Adresse eingeben? Und dann natürlich entfällt, wo er seine E-Mail-Adresse eingeben kann, sodass er bei euch in eurem E-Mail-Marketing-System landet. Als nächstes kommt die Bridge-Page. Sie ist da, sie muss die Brücke bauen. Ich habe dir gerade erklärt, wie diese Bridge-Page aussieht. Wir schauen uns gleich aber noch ganz in Ruhe an, wie so eine Bridge-Page dann wirklich aussehen könnte. Ich habe für euch natürlich dort auch noch ein bisschen mehr vorbereitet. Und dann, zu guter Letzt, nach der Bridge-Page schickt ihr eure Kunden weiter auf die Verkaufsseite. Dann kommt euer Pomolink erst ins Spiel. Erst dann, nicht davor, sondern erst dann, nachdem die Menschen auf eure Bridge-Page gekommen sind. Wie das geht, zeige ich dir gleich. So, was du jetzt also machen musst, ist im Grunde nur eine einzige Sache. Und zwar, du musst einfach Mark Zuckerberg Geld geben, sodass Facebook Traffic, also Menschen, auf deine Opt-In-Seite leitet. Und du sehr viele Menschen bekommst, die sich eintragen, also in deine Opt-In-Seite eintragen, sodass sie dann als nächstes auf deine Bridge-Page kommen. Und wie das Ganze ausschaut, wie wir so eine Abfolge bauen können, das zeige ich dir jetzt. So, wir befinden uns jetzt einmal auf der Opt-In-Seite. Und zwar ist das die Opt-In-Seite, die du verwenden kannst, um den Kunden danach auf deine Bridge-Page weiterzuleiten. Die kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Das ist jetzt mal ein Beispiel hier zu meinem Affiliate-Marketing-Produkt. Und zwar habe ich hier als Überschrift geschrieben, wie du Einnahmen mit deinem PC machen kannst. Dann unter Überschrift, selbst wenn du kein Produkt zum Verkaufen und keine Ahnung von Verkaufstechniken hast. Hier kann man jetzt eben, wie gesagt, seine E-Mail eingeben. Klickt dann hier unten noch den Kasten an. Das ist zur DSGVO notwendig. Und dann klickst du hier einfach auf den blauen Button. Dann steht hier Submitting, also sowas wie, ja, es leitet die E-Mail-Adresse weiter. Und jetzt, jetzt befinden wir uns hier schon auf der Bridge-Page. Das ist die Bridge-Page. Hier siehst du einmal die Überschrift, Affiliate-Marketing-Experte zeigt, wie du ein passives Einkommen in 21 Tagen ausbauen kannst. Dann auch hier wieder eine Unterüberschrift. Da sollte immer so auf das Video hingedeutet werden. Hier ist dein Ausblick auf das, was dich erwarten wird. Und dann fügst du hier dein persönliches Video ein, was wir gerade besprochen haben. Am besten ist das sowas wie, dass du aus deiner Erfahrung von dem Produkt berichtest, dass du sagst, hey, das hilft das Produkt dir weiter. Also wenn es zum Beispiel jetzt in der Abnehmindustrie ist, dann solltest du zum Beispiel sowas sagen, hey, ich habe dieses Coaching gemacht und ich habe innerhalb von drei Wochen, weiß nicht, 10 Kilo abgenommen. Dadurch, dass ich einfach diesen simplen Taktiken gefolgt bin. Hier siehst du mal so ein bisschen was aus diesem Produkt. Einfach so aus deinem, aus deiner persönlichen Sicht über das Produkt berichten und natürlich immer versuchen, von dem Produkt gut zu berichten. Ihr wollt das ja verkaufen als Affiliate. Ich habe hier jetzt einfach mal ein Beispielvideo eingefügt von meinem YouTube-Kanal. Hier unten haben wir dann die vier Punkte. Das ist das, was ich gesagt habe. Hier müsst ihr hinschreiben, um was geht es in dem Video. Was sehen die Leute in eurem Video? Warum macht man das? Viele Leute kommen auf die Seite, sehen hier erstmal ein Video und denken sich so, hm, warum sollte ich das jetzt anschauen? Wenn ihr hier unten die vier wichtigsten Punkte aufführt und am besten sollten das natürlich Punkte sein, die eure Seitenbesucher dazu bringen, das Video anzuschauen, also irgendwelche wichtigen Sachen. Zum Beispiel Nummer 1, Entdeckung Nummer 1, hilft dir Geld online zu verdienen. Entdeckung Nummer 2, bringt dir das nötige Wissen zum Verkauf im Internet bei. Entdeckung Nummer 3, macht dir den Einstieg in dein Online-Bistos leicht. Und Entdeckung Nummer 4, liefert dir einen Schritt-für-Schritt-Weg, um Geld online zu verdienen. Macht immer vier Punkte und dann schreibt hin, warum sollte die Person das Video anschauen. Jetzt liest sie sich das hier unten durch. 99% der Menschen lesen sich das hier erstmal durch, bevor sie das Video anschauen. Und jetzt denken sie sich, wow, cool, das lerne ich alles in dem Video. Ja, schaue ich mir an. So, dann habt ihr schon mal gewonnen. Dann geht es hier unten weiter. Hier macht ihr es euren Seitenbesucher möglichst leicht, denn ihr sagt ihnen, hey, schau mal, das ist dein erster Schritt, das ist dein zweiter Schritt und das ist dein dritter Schritt. Ihr müsst immer davon ausgehen, egal was ihr macht, dass eure Seitenbesucher extrem dumm sind. Okay, das hört sich jetzt erstmal blöd an, aber das ist eine sehr effektive Verkaufstaktik. Geht davon aus, dass eure Seitenbesucher extrem verblödet, dumm sind und nicht wissen, was sie zu tun haben. Deshalb geht ihr her und sagt, schaut mal her, du machst jetzt das, danach machst du das und zum Schluss machst du das. Schritt 1, 2 und 3. Schritt 1 ist, dass sich die Person natürlich am besten das Produkt holt, also das Produkt, das du bewirbst. Hier hinter diesem Wort hier, einmal hier ist das Wort hinterlegt und der Button natürlich, hier hinterlegst du deinen Pomo-Link. Also wenn jetzt jemand hier draufklickt, dann wird er automatisch weitergeleitet. Ganz wichtig darauf achten, dass er in einen neuen Tab weitergeleitet wird. Diese Seite sollte sich nicht schließen, also die Bridge-Page. Und hier kann er dann auf die Verkaufsseite eures Affiliate-Produkts weitergeleitet werden. Das ist zum Beispiel jetzt mein Affiliate-Marketing-Gameplan. Den könnt ihr dann ebenfalls bewerben, wenn ihr das möchtet. Oder wenn man hier draufklickt, eben passiert das genauso. Hier habe ich das jetzt nicht eingestellt, dass es in einem neuen Tab geöffnet wird. Das wäre schlecht, das sollte man auf jeden Fall noch ändern. So, das ist Schritt Nummer 1. Klicke hier und sichere dir deinen Affiliate-Marketing-Gameplan. Dann Schritt 2, schicke uns eine E-Mail deines Belegs an. Hier musst du dann natürlich deine E-Mail-Adresse hinterlegen. Also hier kann man dann draufklicken und wird automatisch dann, kann man dann eine E-Mail an eure E-Mail-Adresse senden. Und zwar mit dem Beleg, dass er sich den Affiliate-Marketing-Gameplan gekauft hat. Und dann Schritt Nummer 3, wir senden dir unglaubliche Bonusse, sobald wir deine E-Mail bekommen haben. Denn dadurch geht es ja, dazu machen wir diese Bridge-Page. Wir sagen ihm, hey, schau mal hier, in diesem Produkt lernst du das hier. Nummer 1, dann, wenn du das Produkt gekauft hast, sendest du uns eine E-Mail mit einem Beweis, also mit dem Beleg, sodass wir wissen, okay, du hast es über unseren Affiliate-Link gekauft und dann können wir dir Bonus-Aktionen, äh, Bonusse senden. Und das machen wir natürlich, um das Produkt noch attraktiver zu gestalten. Wir wollen uns als Affiliate extrem attraktiv für den Kunden machen. Wir wollen die Nummer 1 sein, bei der er das Produkt kauft und nicht bei irgendeinem anderen der 500.000 Affiliates, wie ich dir das vorhin gezeigt habe. Deshalb ist diese Seite so extrem wichtig. So, das ist schon mal Nummer 1. So, jetzt ist natürlich die Frage, okay, äh, Torben, schön und gut deine Seite hier, ähm, wie baue ich mir das jetzt? Musst du dir gar nicht bauen, denn du kannst ganz einfach das Ganze hier, was ich hier gebaut habe, also einmal, ähm, diese Opt-In-Seite und einmal diese Bridge-Page einfach herunterladen. Und zwar unter diesem Video ist ein Link, ich zeige dir das mal ganz kurz. Und zwar kannst du einfach unter diesem Video auf den Link klicken und dann kommst du auf eine Seite, die schaut folgendermaßen aus. Hier geht dann erst mal ein Video los und hier siehst du schon, you can edit anything you like on these Pages. Hier hast du die zwei Seiten, einmal die Opt-In-Page und einmal die Bridge-Page. Hier steht zwar Danke-Seite, aber das ist natürlich die Bridge-Page. Und die kannst du kostenlos bekommen. Und zwar, ähm, also das Ganze läuft über Clickfunnels, das habe ich am Anfang gesagt. Ich habe diese zwei Seiten Clickfunnels gebaut. Du kannst das Ganze 14 Tage lang kostenlos bekommen. Also du bekommst jetzt sofort, ohne irgendetwas zu zahlen, bekommst du diese zwei Seiten und kannst direkt jetzt starten, Geld zu verdienen, ohne auch nur irgendeine Arbeit zu machen. Du musst nur noch deine Promo-Links hinterlegen und dann hast du das Ganze. Wie das geht, zeige ich dir gleich noch. So, also du kommst dann auf diese Seite, wenn du hier unten den Link bekommst. Dann kannst du hier deine E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen. Klickst dann hier auf den grünen Button. Boom! Du bekommst diese zwei Seiten direkt, ohne noch irgendwas zu machen, automatisch in dein Konto übertragen und kannst sie bearbeiten. Falls du Clickfunnels schon hast, kannst du dann hier unten auf den Link klicken. Ansonsten hast du eben 14 Tage, zwei Wochen komplett kostenlos und kannst das Ganze ausprobieren. Und ich werde dir sagen, mit diesen zwei Seiten wirst du innerhalb dieser 14 Tage schon dein erstes Geld verdienen. Jetzt zeige ich dir noch schnell, wie du das Ganze hier bearbeiten kannst. Und zwar, wenn du dann auf diesen Link geklickt hast, wirst du automatisch auf Clickfunnels weitergeleitet. Dort kannst du dann eben auf diesen Funnel draufklicken. Das wird dir dann direkt angezeigt und dann kommst du auf eine Seite, die schaut so ungefähr aus. Hier hast du jetzt einmal die zwei Seiten, einmal die Opt-in-Seite und einmal die Bridge-Page. Hier steht die Danke-Seite. Und jetzt kannst du diese zwei Seiten hier eben anwählen. Das Erste, was du machen solltest, ist, dass du bei der Opt-in-Seite hier einmal auf diesen Edit-Page-Button klickst. Dann kommst du nämlich in den Bearbeitungsmodus der Seite. Also hier kannst du dann das Ganze hier so ändern. Wenn du jetzt hier oben einmal auf Settings klickst und Integrations, dann solltest du hier einmal dein E-Mail-Marketing-Programm mit verknüpfen. Wie das funktioniert, kannst du in deinem E-Mail-Marketing-Programm selber nachlesen. Also wenn du GetResponse, Clicktip, SendInBlue, egal was du verwendest, meistens haben die dort so Anleitungsvideos, wie man eben dieses E-Mail-Marketing-Programm mit anderen Programmen verknüpft. Also schau dich da mal am besten um. Das findest du, da gibt es meistens Support-Bereiche oder Q&A-Bereiche, wo das Ganze steht. So, das ist Punkt Nummer 1. Denn dann, wenn sich jemand hier einträgt mit seiner E-Mail, landet der automatisch auf deiner E-Mail-Liste und du kannst weiterhin E-Mail-Marketing an ihn betreiben. Dann, das Zweite, was du machen solltest, auf jeden Fall hier unten unter Impressum und Datenschutz, musst du natürlich dein persönliches Impressum und deinen Datenschutz verknüpfen, also verlinken. Der muss vorhanden sein. Wenn du das nicht hast, dann machst du dich strafbar. Also das solltest du auf jeden Fall auch machen. Wenn du das Ganze gemacht hast, immer ganz wichtig, hier oben auf Save klicken, dass das Ganze gespeichert wird. Dann kannst du hier über den Pfeil wieder aus dem Bearbeitungsmodus hinausgehen. Und dann klickst du noch auf die zweite Seite, auf die Bridge-Page oder Danke-Seite. Klickst dann hier auch einmal auf Edit-Page. Und jetzt müssen wir natürlich noch deinen Promolink verknüpfen. Also du kommst jetzt hier auf die Edit-Page. Hier kannst du dann einmal dein Video einfügen, indem du einfach auf dieses Video hier draufklickst. Kannst dann hier auswählen, hey, möchtest du einen Videocode einbetten? Willst du ein YouTube-Video einbetten? Weil Mio, wisst ja, oder irgendwas anderes. Kannst dann hier noch Einstellungen vornehmen. Kannst hier die Texte umschreiben, wie du willst. Einfach reinklicken und dann kannst du jetzt reinschreiben, was du willst. Es ist also wirklich alles ganz einfach. Einfach ausprobieren. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass du hier hinter diesen Buttons deinen Promolink hinterlegst. Wie geht das? Du hast ja im besten Fall schon einen Account auf Digistore24. Wenn nicht, schau dich einfach mal auf meinem YouTube-Kanal um. Dort erkläre ich, wie das kostenlos funktioniert. Also auch Digistore24 ist komplett kostenlos. Du kannst heute komplett kostenlos starten mit Affiliate-Marketing. Also wenn du hier einen Account hast, gehst du einfach auf Marktplatz. Und dann könntest du zum Beispiel nach meinem Produkt suchen, indem du einfach beim Vendornamen hier in dem zweiten Feld Online-Product-Store eingibst. Und dann siehst du hier meine Affiliate-Produkte. Hier kannst du dann einfach auf diesen blauen Button klicken, jetzt promoten. Dann steht hier Erfolg und dann bekommst du hier einen Promolink. Dieser steht dann auch eben, wenn du dieses Produkt bewirbst, hier drunter. Den kannst du dann einfach hier anklicken, kannst den kopieren. Dann hast du den so in deiner Zwischenablage kopiert. Gehst wieder zurück in den Bearbeitungsmodus. Klickst einmal hier auf den Button drauf. Und jetzt ist ganz wichtig, dass du eben hier auf diesen grünen Set Action Button klickst. Und hier steht der Link. Hier musst du einmal diesen Link herauslöschen und deinen Link einfügen. Das ist dein Promolink. Du willst ja Provisionen dafür bekommen. Also hier fügst du deinen persönlichen Promolink ein, klickst dann einfach hier ins Leere und dann ist hier dein Promolink hinterlegt. Hier solltest du natürlich das gleiche machen. Einmal hier auf das Hier klicken. Dann kannst du hier auf den Stift klicken. Und hier ist der Link drin, den du einmal herauslöschen musst. Deinen persönlichen Promolink einfügen. Und dann kannst du hier noch auf diesen Pfeil klicken. Das bedeutet auch, dass wenn jemand hier auf das Hier klickt, dann wird das Ganze in einem neuen Tab hier oben geöffnet. Nummer 2, was du machen musst, ist, dass du natürlich hier deine E-Mail Adresse hinterlegst, an die deine Kunden sozusagen dann diese Beweis E-Mail schicken sollen, wenn sie dein Produkt gekauft oder das Affiliate Produkt gekauft haben. Das kannst du auch machen, wenn du hier auf diesen Button klickst und auf Set Action. Dann kannst du hier als URL sowas schreiben wie Mail to Doppelpunkt und dann gibst du einfach hier hinter deine persönliche E-Mail Adresse an und dann werden Mails direkt an dich gesendet. Wenn jemand auf diesen Button klickt, dann wird das weitergeleitet. So, das sind sozusagen die Schritte, die du vornehmen sollst. Dann klickst du einfach auch wieder auf Save und dann hast du deine Bridge Page fertig. Du musst dir natürlich überlegen, hey, welche Bonusse lieferst du den Kunden, wenn sie das Affiliate Marketing Produkt bei dir kaufen. Das könnten zum Beispiel E-Books sein, das könnten nochmal Videos sein, die du dazu lieferst. Einfach solche Sachen. Natürlich musst du dir natürlich ein bisschen was überlegen, aber das ist ja auch kein Ding. Du musst dir da wirklich kein Bein ausreißen oder du musst jetzt da irgendwie keinen 50-teiligen Videokurs erstellen, sondern einfach kleine, aber wertvolle Bonusgeschenke dazu liefern. Das ist natürlich von Nische zu Nische unterschiedlich. Natürlich ist es zum Beispiel jetzt im Affiliate Marketing oder Geld verdienen Bereich etwas komplett anderes, als wenn du jetzt, sage ich mal, in dem Bereich abnehmen bist. Also da wäre es dann komplett was anderes. Da überlegst du dir einfach dann, hey, was passt zu meiner Nische, was kann ich meinen Kunden noch liefern, um das Ganze noch attraktiver zu gestalten. Und boom, das ist es. Jetzt hast du zwei Seiten, zwei Bridge Pages, die du komplett kostenlos bekommst. Du kannst einfach deine Digistore24-Links verknüpfen und fertig. Du kannst innerhalb von 10 Minuten, wenn dieses Video vorbei ist, startest du und innerhalb von 10 Minuten hast du ein laufendes Online-Business am Start. Punkt. So einfach kann man es sich machen. Du hast eine passive Einkommensquelle, du musst das Ganze nur umsetzen und ja, fertig. Man muss es sich wirklich einfach nur leicht machen und dann läuft die ganze Sache. So, ich hoffe, ich habe dir am Anfang nicht zu viel versprochen. Ich hoffe, du hast das ganze Video so, also du hast den Wert des Videos geschätzt. Ich wollte nochmal kurz was dazu sagen. Andere Menschen verkaufen dieses Wissen, was ich jetzt hier in diesem Video für dich zusammengefasst habe mit einem ganzen Kurs. Sie verlangen dafür sehr viel Geld und ich möchte einfach nur, dass du verstehst, das ist wirklich etwas, was du anwenden kannst und benutzen solltest. Nur weil dieses Video kostenlos verfügbar ist auf YouTube, heißt das nicht, dass das Wissen ist, das nicht funktioniert oder so etwas. Viele Menschen denken das immer. Die denken sich, hey, YouTube, dort wird eh kein gutes Wissen verbreitet. Doch, du musst das nur wirklich einfach anwenden. Das ist das Allerwichtigste, was du machen kannst. Setz das Ganze in die Tat um und dann wirst du sehen, dass es funktioniert. Ich habe am Anfang gesagt oder innerhalb des Videos habe ich mal gesagt, es lässt sich damit auch Retargeting mit dieser Methode umsetzen. Und für einige von euch sagt Retargeting nichts, das weiß ich. Aber für diejenigen, für die Retargeting etwas sagt, also die wissen, was Retargeting ist, möchte ich jetzt noch kurz sagen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar habt ihr ja die Möglichkeit, durch diese Bonusgeschenke, die ihr dem Kunden sozusagen zur Verfügung stellt, also der Kunde kauft das Affiliate-Produkt bei euch, sendet euch die E-Mail mit dem Beleg, dass sie das Produkt gekauft haben. Und jetzt könnt ihr mir einfach dann eine E-Mail schicken und in dieser E-Mail sendet ihr einen Link und könnt zum Beispiel so etwas hinschreiben, hey, super, vielen Dank, dass du das Affiliate-Produkt bei mir gekauft hast oder dass du das Produkt gekauft hast. Die müssten ja nichts von Affiliate-Produkt oder sowas sagen. Hier sind deine Bonusgeschenke und dann fügst du dort einen Link ein und dieser Link führt auf eine Seite, wo ihr euer Facebook-Pixel aktiviert habt. Und so kommen natürlich auf diese Seite nur Käufer des Produktes und so macht ihr ganz einfaches Facebook-Retargeting. Und könnt eure Affiliate-Marketing-Kunden mit Retargeting tracken. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich hoffe, dass dir das Ganze weit hilft. Ich bitte dich einfach nur, dass du das Ganze umsetzt, dass du das Ganze anwendest. Und ich würde mich riesig freuen, wenn dir das Ganze gefallen hat, wenn du mir einen Like gibst, wenn du mich abonnierst, falls du es noch nicht getan hast. Und falls du Fragen hast, falls du Probleme hast, schreib in den Kommentaren. Ich versuche jeden Kommentar zu beantworten. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach wieder zum nächsten Video. Hau rein, viel Spaß beim Umsetzen und setz es einfach um. Das ist mein bester Tipp an dich. Bis zum nächsten Mal.